So sind endlich angekommen in unserem Hotelzimmer Sunprime Kamala Nr. 3103, dann gehen wir mal ins Zimmer. Schauen wir mal, gerade angekommen, schweißgebadet. Sieht sehr schön aus. Schöne kleine Terrasse, meine Frau zeige ich euch nicht, außer die Füße, die sitzen nämlich oben ohne da fast. So und dann ist das der Ausblick einmal Richtung Meer, Richtung Pool, wir haben ein schönes Zimmer bekommen, ist übrigens ein kostenloses Upgrade. Sag mal hallo. Ja hallo sollst du sagen. Hallo. Und? Savarika. Savarika.